Was gibt es Neues aus dem Designstudio? Wir machen Farbe zu Ihrem Material. Und zwar nicht nur unsere Designer mit den Farbgestaltungen, sondern auch mit den über 1000 Farbtönen des neuen Stoch-Color-Systems. Handlich, praktisch, modern werden die neuen Farbfächer aussehen, die ab April 2022 zur Verfügung stehen. Und entweder als kompakter, übersichtlicher Streifenfächer oder als Farbgruppenfächer in einer Designerbox. Ein neues Highlight dabei, 65 historische Farbtöne sind im Farbsystem integriert und zusätzlich wird es einen Innenraumfächer mit über 200 Farbtönen geben. Farbauswahl leicht gemacht, mit Stil und Elegant.